Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Nächste Lerneinheit, Segmentierung und Nachfrage. Okay, das Erste war, was haben wir gemacht? Wir haben den relevanten Markt, den haben wir jetzt. Lerneinheit Nummer 1, vorheriges Video. Und ihr habt euch ja hoffentlich schon damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Jetzt haben wir dieses Dreieck aufgezeichnet, die Größe des relevanten Markts festgelegt, wir kennen die Marktkennzahlen, wir haben ein Gespür dafür, was unser relevanter Markt ist. Und jetzt kommt der nächste Punkt, wir müssen diesen relevanten Markt segmentieren. Erinnert euch an das Einführungsvideo, da habe ich von so einer Pizza gesprochen. Pizza bedeutet nichts anderes, dass wenn ich jetzt in meinen Bildern rede, ich mache das Dreieck, das Dreieck ist der relevante Markt. Ich spanne meinen relevanten Markt auf und weiß, wie groß ist dieses Dreieck und ich weiß, wer ist in diesem Dreieck aller drin. Wer ist da drin? So, und wer da drin ist, sind neben den Wettbewerbern, das eigene Unternehmen und so weiter und so weiter, das sind meine Nachfrager. Und jetzt muss ich segmentieren. Ich muss sagen, da habe ich das Beispiel, das bildliche Beispiel einer Pizza gebracht, zeichnest du jetzt einen Kreis rein, eine Pizza in dieses Dreieck und sagst, hey, dieser Kreis ist eine Zielgruppe, ich habe eine Zielgruppe, weil, warum? Ich will gar nicht segmentieren. Segmentieren ist teuer, segmentieren kostet einen Haufen Geld, ich muss immer schauen, ob ich die Segmente auch wirklich physisch finde, ob ich auf die zugreifen kann, ob ich sie adressmäßig irgendwie qualifizieren kann. Das Segment muss ausreichend groß sein, sonst macht es ja gar keinen Sinn, da so Teilsegmente zu schneiden, weil die muss ich ja unterschiedlich beachten, bearbeiten, kommunizieren mit ihnen, alles ist alles ganz schön teuer und ich brauche eine gewisse zeitliche Stabilität und nein, meine Zielgruppe ist eine Pizza, ich habe eine große Zielgruppe und ich muss nicht segmentieren. Wer so denken kann, wer so handeln kann, es gibt solche Situationen, der ist glücklich, hat eine große Zielgruppe und braucht nicht segmentieren. In den meisten Fällen, gerade wenn es um Individualisierung geht und so weiter und so weiter, müsst ihr segmentieren. Also ihr müsst, bildlich gesprochen, die Pizza auseinanderschneiden und müsst lauter kleine Pizzastöckchen, sogenannte Teilsegmente, müsst ihr eben euch erarbeiten und die Segmentierung, die ist frei, versteht ihr? Ihr könnt unterschiedliche Ebenen übereinanderlegen, ihr könnt segmentieren, wie das Hotel, wie wir das Hotelbeispiel hatten, Sommer- und Winterurlauber. Ihr könnt sagen, ja, Sommer, Winter, aber ich segmentiere auch noch, in wann kommen die Familien, wann kommen die Singles bei uns, wann kommen die älteren Herrschaften und so weiter und so weiter. Also ihr habt, oder ich kann auch nach Einkommen, ich kann nach allen möglichen Dingen segmentieren. Das ist kreativ, das ist genauso wie das Dreieck, die Größe des relevanten Marktes festzulegen, ist auch die Segmentierung. Wer ist denn diese Zielgruppe, die Zielsegmente, mit denen ihr kommunizieren wollt? Denkt dran. Unser Merksatz, der kommt auch hier, der hilft euch auch hier. Welche Ereignisse führen bei meinen Kunden zu Problemen, dessen Lösung mein Angebot ist? Also welche Ereignisse machen was mit welcher Zielgruppe, mit welchen Zielsegmenten? Und könnt ihr die befriedigen? Und natürlich suche ich mir in der Segmentierung die raus, die ich halt auch gut befriedigen kann, wo ich weiß, hey, denen kann ich altruistisch was Tolles anbieten. Also das ist die Segmentierung. Segmentierung in die Nachfrager. Also ein spannendes Thema, gar nicht so einfach. Und wir werden es uns angucken, wir werden es auch in unserem Marketing Lab, in unserem Workshop, richtig bearbeiten und an Beispielsfällen durchgehen. Okay, also viel Spaß für diese Einheit, für diese Lerneinheit, Segmentierung der Nachfrager und Nachfragerinnen. Viel Spaß, euer Peter.